Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autos Bismarck. Willkommen in diesem wunderschönen Ford Fiesta Titanium mit Automatikgetriebe. Zu Ihrer Unterhaltung bietet dieser Fiesta ein CD-Radio MP3-fähig mit Lenkradbedienung und großem Display. Über den Bluetooth-Freisprecher können Sie Ihr Handy drahtlos verbinden, ohne es aus der Tasche nehmen zu müssen. Daneben können Sie auch Musikdateien drahtlos aus dem Handy aufs Radio übertragen. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Seine besondere Note erhält der Titanium im Außenbereich durch schickes Chromdequat 16 Zoll Leichtmetallfelgen, die Scheinwerfer im Projektordesign, abgedunkelte Scheiben hinten. Im Innenraum gibt es Sportsitze mit grau-schwarzen Polster, ein Lederlenkrad und Fußmatten. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autos Filme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Darüber hinaus verwöhnt dieser Fiesta mit elektrischen Fensterhebern, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, einer automatischen Klimaanlage, der Heizbahn, Frontscheibe sowie Sitzheizung und einem Tempomaten. Für Ihre Sicherheit stehen ABS, ESP und 5 Airbag parat. Kopfstützen vorne und hinten, die Nebellampen vorne und die Servolinkung. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service, da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Autohaus Wismar. Tschüss!